Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noboard. Heute reden wir über 5 No-Gos, die beim Snowboarden immer wieder auftreten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Nummer 1. Wir wollen alle locker und lässig auf dem Board stehen und das bedeutet auch, dass wir nicht zu steif sind und uns ein bisschen bewegen können. Die richtige Art von Bewegung spielt dabei jedoch eine große Rolle und Gitarre spielen ist leider keine davon. Und auch schwimmartige Bewegungen sind auf dem Board doch besser sein zu lassen. Und ich sage meinen Anfängern immer, konzentriert euch mehr aufs Fahren und weniger aufs Schwimmen. Nummer 2. Auch wenn viele der Meinung sind, dass sie windschnittiger sind, wenn sie sich auf dem Board klein machen, einfach nur die Hüfte abknicken, bringt da nichts. Und vor allem, wenn man dann sagt, sie sollen sich wieder aufrichten und dann sowas dabei rauskommt. Das ist keine saubere Haltung, die wir auf dem Board haben. Dementsprechend bleibt vernünftig gerade auf dem Board stehen und die Windreibung ist wirklich kein Problem. Und dass ihr euch kümmern solltet beim Snowboarden. Nummer 3. Wir sind beim Snowboarden und nicht beim Waveboarden. Und Bewegungen beim Snowboarden kommen nicht aus den Füßen raus. Doch versuchen viele Anfänger das immer und immer wieder. Und das Resultat ist meistens das gleiche. Man bleibt irgendwann mit der Kante hängen und kuschelt eine Runde mit dem Schnee. Nummer 4. Snowboarden ist nichts für Angsthasen. Die von euch, die ängstlich sind, können auch gerne das Board anschnallen, aber dann bitte auf einer Ebene, wo ihr überhaupt keine Angst haben müsst. Denn Angst auf dem Snowboard sorgt meistens dafür, dass man sich zu weit nach hinten lehnt und irgendwann wird man dadurch hinfallen. Und das ist das Wenigste, was man haben möchte, wenn man Angst hat. Dementsprechend versucht, sauber in der Grundposition zu stehen. Bevor wir jetzt zu meinem absoluten No-Go kommen, gibt es noch einen kleinen Bonus-Clip. Und zwar wurden mir in den letzten Wochen immer wieder ein Video zugespielt via Social Media, bei dem eine Person versucht hat, Ankerlift zu fahren. Und das sah nicht so ganz rund aus. Dementsprechend habe ich nochmal alle Möglichkeiten analysiert, wie man ein Schlepplift benutzen kann. Und bin zu dem Resultat gekommen, dass meine Lieblingsmethode ab sofort auch diese ist. Und damit kommen wir zu meinem absoluten No-Go beim Snowboarden. Und zwar stellt sicher, wann immer ihr Snowboarden wollt, dass euer Snowboard auch an euren Füßen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, drückt einen Daumen nach oben bei Fragen. Schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert auch den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.